Schaut euch mit Götten! Das war das Nächste. Ich habe gesagt, die Lisa bitte noch vorgekommen. Da habe ich den Knüffel. Ich habe ihn mit einem Auto gefahren. Ich wohne in Mannesburg. Ich glaube, das ist eine einzige Sportform. Wahrscheinlich ist es eine Ausstellung ausgefangen. Wenn jemand auf die Seite hätte, dann wäre es halt schon. Ja, dann wäre es ein bisschen Sportform. Das ist schon beeindruckend. Hm. Ich habe sie gefragt, ob sie es macht. Ich habe keine Feedback mehr bekommen. Und ich habe sie jetzt vorgelegt. Ich habe kein Feedback mehr bekommen. Kann ich nicht in die Passage. Ich kann nicht sagen. Ich kann nicht sagen. Ich habe den Viertel. Der wird dann noch ein bisschen. Der wird erwähnt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.